... sich zunächst mit Christian Andersen und tauchte dann bei Erika Türpe auf. Heute ist der Tag, an dem Erika Türpe 70 Jahre alt wird und deshalb bin ich hier in Weixdorf. Hab natürlich wie immer einen Überraschungsgast und das ist Christian Andersen. Hallo Christian! Hallo Max! Du bist ja viel unterwegs als Schlagersänger. Das bin ich. Und deshalb freue ich mich, dass du heute kommen konntest. Und das freut mich auch. Hallo! Alles Gute zum Geburtstag! Aber Mann, dass du das weißt, weißt du was? Ich weiß auch so, darf ich auch sagen, wie alt du wirst? Nö, ne? Ne, da sagst du lieber 2x35, das hört sich besser an die 17. Das finde ich gut. So, dein Mann wollte dir endlich mal was sagen, hat er sich aber nicht getraut. Also, weißt du, mein Mann, der sagt mir eigentlich schon, ob er zufrieden ist mit mir oder... Das ist er! Das ist er! Bist du zufrieden mit ihm? Können wir mal sagen, dann sagt er mir das auch. Aber so schön wie ein Schlagersänger kann er dir das nicht sagen. Und deshalb begrüßen wir jetzt herzlich Christian Andersen! Das Wunder der Liebe ist für mich da, vergessen sind Kummer und Schmerz. Du bist das schönste Geschenk, seit ich dich sah, und sprechen wird nur noch mein Herz. Liebe ist, kannst du einmal nicht bei mir sein, und die Sehnsucht, die macht mich ganz krank. Ja, dann fang ich schnell zu träumen an, bis ich dich in den Abend nehmen kann. Ja! Also, liebe Erika, meinen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Liebe, alles Gute. Und möge all das gelingen, was du dir vorgenommen hast. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Max. Und natürlich auch Dankeschön an Christian Andersen. Und hier sind gleich die nächsten Glückwünsche.